Haben Sie den Schützen erwischt? Vorrücken! Auflock! Ich glaube, wie man sich immer freut, wenn man einen Headshot macht, was? Ja! Einer weniger! Nur noch 69! Also, fängt gleich die nächste Woche an! Freie Headshot, Leute! Top von Malz, auf jeden Fall! 3 4 Yeah, Baby! Nein! Oh mein Gott! Ich muss wieder mit Knife-Kill so machen, wie früher. Boah, Junge! Geil! Ja, guck mal, dann sehe ich unsere Mates. Official Try! Eine Sekunde in der Stellung, der andere vier Sekunden in der Stellung! Junge, das sind meine Teammates! Der steht aber im ganzen Spiel 10 Minuten in dem fucking Rauch und macht keinen Kill! Gibt mir die Scheiße nicht mehr, ey! Verpiss dich, du One-Zone! Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen! Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen, ob es euch gefallen hat oder nicht! Schreibt es gerne drunter, damit wir besser werden! Wir sind auch auf Twitch unterwegs! Einfach Official Try eingeben! In diesem Sinne würde ich sagen, Leute, bis zum nächsten Video! Euer Official Try! Ciao, ciao! Dann geht's euch!